So, was habt ihr jetzt hinter dieser Tür? Ah, das klingt nicht sehr Kroganisch. Ah, ja. Ah, ja. Daher haben sie die Arbeit des Malans gefunden. Unfortunatlich. Ja, rück besser Malan raus hier. Wenn ihr über die Zukunft des Klan Werlok hättet, dann hättest du Malan zurück. Jetzt. Wenn wir die Genophage kümmern, Werlok Gold wird alle Krogan regeln. Die Krogan-Rebellion... Du hast zu viel gesprochen. Siehst du? Der Mensch kann nicht ein einfaches Tark. Ja. Wie ist das? Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Das ist das. Move your ass. On the ground, now! Whippen, zu Teffy. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Nein, sie hat niemanden gebetet. Die Fertilität verhindert die Fetal-Developung des Nervosystems. Sie haben viele, Shepard, viele Methoden, Schäfer, Schäfer, Drogen, Technologien, einmal mit Farming-Equipment, aber nicht mit Medizin. Was war es, auf dem Genophage-Modifikation-Projekt zu arbeiten? Sie haben immer noch Kontakt mit deinem Team? Sie haben immer noch Kontakt mit deinem Team? Nein, alles verändert sich mit dem Plan. Wir haben eine Test-Drop auf den Krogan-Klanz, die Rest von Tuchanka und die Ergebnisse waren positiv. End-of-Projekt. Separate Ways. Watching it end, watching Birth-Rates drop. Personal. Private. Not appropriate for Team. Das ist doch ein Gewissen. Das ist doch ein Gewissen. Genophage. Nuclear Winter caused by Krogan, before Salarians made first contact. Krogan-Choices. Refuse truce during Krogan-Rebellions. Expand after Rackni-Wars. Splinter after Genophage. Genophage medical, not nuclear. No craters from virus. Damage caused by Krogan, not Salarians, not me. Maybe not direct, but indeed. Indirect. So, if the Krogan banded together and formed a united government, you'd welcome that. Yes. United Krogan saved galaxy. Destroyed Rackni. Genophage not punishment. Simply alter fertility to correct for removal from hostile environment. The effects on Tuchanka are still your responsibility. You upgraded the virus that kept them in barbarism. Krogan committed war crimes. Refused to negotiate. Turian defeat not complete. Krogan could have recovered. Attacked again. Conventional war too risky. Krogan forces too strong. Genophage was only option. Krogan forced Genophage. Us or them. No apologies for winning. Wouldn't have minded peaceful solution. Really, really. You can go by the punk to see, but... Yeah, let's go. We're not gonna find Malin staring at consoles. Come on. Dead Krogan. Female. Tumors indicate experimentation. No restraint marks. Volunteer. No restraint. Sterile werelock female willing to risk procedures. Hoped for cure. Pointless. Pointless waste of life. I didn't expect you to be disturbed by the side of a dead Krogan. What? Why? Because of Genophage work? Irrelevant. No. Causative. Never experimented on live Krogan. Never killed with medicine. Her death not my work. Only reaction to it. Goal was to stabilize population. Never wanted this. Can see it logically. But still unnecessary. Foolish. Waste of life. Hate to see it. I didn't think you'd had much direct contact with things like this. Did you come to Tchanka after dropping your plague? Yearly recon missions. Water tissue samples. Injure no mistakes. Superiors offered to carry it on. Refused. Need to see it in person. Need to look. Need to see. Accepted as necessary. See small picture. Remind myself why I run a clinic on Omega. Rest. Young mother. Find your gods. Find someplace better. I didn't expect spirituality from you, Morden. Genophage modification project altered millions of lives. Then saw results. Ego. Humility. Juxtaposition. Frailty of life. Size of universe. Explored religions after work completed. Different races. No answers. Many questions. That's hard to say. Sounds like you were trying to deal with your guilty conscience. The doctor who killed millions. Modified Genophage project great in scope. Scientifically brilliant. But ethically difficult. Krogan reaction visceral. Tragic. Not guilty. But responsible. Trained as doctor. Genophage affects fertility. Doesn't kill. Still. Caused this. Hard to see big picture behind pile of corpses. I guess for the time we don't want to know. Can you really just rationalize it all the way? How do you justify it? Wheel of life. Popular Solarian concept. Similar to human Hinduism in focus on reincarnation. Appealing to see life as endless. Fix mistakes in next life. Learn. Adapt. Improve. Refuse to believe life ends here. Too wasteful. Too wasteful. Have more to offer. Mistakes. To fix. Cannot end here. Could do so much more. If you need this much soul searching to get over it, maybe the Genophage was wrong. Had to be done. Brachni wars, Krogan rebellions all pointed to Krogan aggression. So many simulations. Effects of Krogan population increase all pointed to war. Extinction. Genophage or genocide. Save galaxy from Krogan. Save Krogan from galaxy. You could have cured the Genophage instead. Brought hope to the Krogan. They'd have rejoiced. Assumes human reaction. Krogan stimulus response different. Harsh environment. Take chance to fight. Flee. Would have caused chaos on Tuchanka. Victor would have war economy. Bloodthirsty army. Galactic expansion only logical outcome. More war. Genophage saved lives. War would have ended. We need to find Malin and shut this place down. Yes. We need to find Malin. Hmm. Krogan vitality. An upgrade. Grants. It can't be so far. Oh. We miss the Krogan scout from Earthnaught. You killed the bloodthirsty guards. Yep. Not bloodthirsty. Not member of clan. Werelock. Wrong clan markings. I'm a nerd. Not scout. Werelock guards got me. Brought me here. Oh. Dich haben wir gesucht. The chief scout told us to watch for you. We've taken out the guards. Get back to Earthnaught. I can't. The werelock did things to me. Drugs. Injections. Said I was sacrificing for the good of all Krogan. Experiments to cure the genophage. Everything's blurry. Hard to think. Have to stay. Morden. Can you get him back on his feet? Stimps maybe? Something to bolster his immune system? You don't understand. I'm not too sick to leave. I have to stay. They're curing the genophage. They're gonna make it all better. They have to keep doing the tests. Caution, Shepard. Patient unstable. Susceptible. Brainwashed. They want to help, but they don't want to help. Why do you want them to keep doing the tests? This is my fault. I got caught. Wasn't strong enough. Not good enough. This is the best I can do. This is all I can do. I'm not big enough to have a real shot with the females. I'll never have kids of my own. But if I help undo the genophage, then I mattered. It doesn't help Eardnaught. That must be clear. Millions of children will be born. Werelock children. They're gonna destroy the other clans. But... No. No. They said I was helping Eardnaught. If you want to help Eardnaught, you need to get back there. But it would take a real bad ass to make it back to camp while injured. I can do it. You? I said a bad ass. Not some scout whining like a quarium with a tummy ache. I can do it. I'm up. And I'm going to the female camp. Damn right you are. Get back there and show them what you're worth. Go. 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 Yeah. I'm done. Nice to see. Fortunately, the subject is unlikely to be contagious. Hm. Then always the analytical. Specific explosion. Or a well placed shot. Explosive's useless. Burned through Kogan armor. Gear up! Gear up! Show me the training. Close combat. Problematic. Keep them back. Come. Don't grab. Du bist der ultimative Krogan. Du bist der ultimative Krogan. Don't grab. Du bist der ultimative Krogan. Dann wird der scheiß nicht getroffen. Deploying the incineration tech. Wow! The ship's усп champion. Or Drone in the first command. Get back to enemy power. Oh. Äh, Grunt, das ist nicht die beste Deckung, die du da hast. Sorry, Grunt. Oh, was jetzt? Haben wir bei Garish's Mission diverse verbraucht? Hier in dem Raum noch was? Nope, das ist einfach nur leer. Da ist einfach nur leer. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Auf der Grund, jetzt! Oh, gut, Mann! Komm, Mann, Giff! Was? Ich kreier! Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Oh Gott! Ach nee, was ihr nicht sagt. Ha, da läuft er einfach gegen die Deckung. Ah, da ist Gold. Achieve mein Warp-Specialist, neus. Hm, eine krasse Rüstung hat er. Hat ihm auch nichts geholfen. Tja, noch um. So, dann geht's wahrscheinlich weiter. Oder auch nicht, dann geht's wahrscheinlich da hinten weiter. Schau, du hast ja erst mal hinter diese Tür. Vielleicht verbirgt sich da ja noch etwas Luft. Hm, eine versperrte Kiste. Mit Credits. Das nehmen wir doch mit. Denn Loot tut gut. So, nun da Galt und seine Schergen aus dem Weg sind, dürfte, glaube ich, nur noch Meilen übrig bleiben. Oh, wir haben noch ein Quaschungsterminell. Schauen wir mal, was uns das hier für eine Deck bringt. Das war falsch. Er hat eine Ammo. Neus. Wenn wir mehr Mohnen wieder zu einem schleppen. Hallo, Valen. Malen. Alive, unharmed. No signs of restraint, no evidence of torture. Don't understand. For such a smart man, Professor, you always had trouble seeing evidence that disagreed with your preconceptions. How long will it take you to admit that I'm here because I wish to be here? Er muss wohl nicht gerettet werden. Er wurde nicht gerettetet. Er kam hier involuntärisch für den Genophage. Unmöglich. Der ganze Team ist bereit. Projekte notwendig. Wie war ich mit dem großen Dr. Solis? Ich war dein Studium. Ich habe dich auf dich. Experten gemachten hier. Live-sumdienste, präzis, torture und geschützungen. Du machst? Wir haben bereits das Blut von Millionen auf unsere Hand, Doktor. Es braucht ein bisschen mehr, um alles richtig zu stellen. Ich kann damit. Warum arbeiten wir mit dem Wehrlok? Warum arbeiten wir mit dem Wehrlok? Und wie hast du die Genophage-Data? Die Daten waren leicht zu erhalten. Wir hatten alle noch eine Erdnacht. Wir waren Heros. Alles ich musste fragen. Wie für den Wehrlok. Sie waren die einzige Klan mit beiden die Ressourcen und den Erdnacht. Erdnacht hat ein größeres Kampf als Wehrlok. Warum nicht sie benutzen? Erdnacht-Rex ist zu leicht. Er war nicht bereit, die Erfahrungen, die ich brauchte. Erdnacht haben die Erdnacht und Wehrlok haben. Seine Klan wird der erste, die von dem Krieg wir gemacht haben. Dann? Dann durchstellen die Armee auf und brennen die Galaxie nieder. Du sprachst über die Böden, aber das Genophage ist nicht lethal. Es effekt nur die Fertilitätsrate. Krogan kämpft über fertile Frauen. Sie werden Mercenari oder Piraten, weil sie keine Alternative sehen. Sie würden jetzt in einer kulturellen Renaissance leben, und wir haben nicht entschieden, dass das, was sie verdienen. Unschuldig. Die Krogan-Population resultierte in Krieg. Die Simulation waren klar. Die etische Seite? Hat dich das gar nicht gejuckt? Mordern? Mordern Mordern. 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 Sie haben so gesehen, wie diese Meilern gemacht? Nein, Sie haben das nie gelernt, Meilen. Deine Hand sind clean. Was ist aber wichtig, ob die Boden zerbauen ist mit der Blut der Millionen. Sie hat mir gelernt, dass das Ende verzeichnet hat. Ich werde das Geld machen, Professor. Das единste Weg, wie ich weiß. Was passiert, wenn die Genophage getötet und die Krogan wiederholt wird? Das wird auf deinem Kopf. Wir haben diese Atrozierung gesagt, dass die Krogan verletzt und Krieg, wenn ihre Bevölkerung erhöhnt. Aber schau mal die Galaxie. Baterian-Attacken in der Traverse, Geth-Attacken in der Citadel. Ist das ein mehr friedliches Universum? Der Krieg auf deinem Eden-Prime könnte nie passieren, wenn wir die Krogan erhöhnt. Wir wissen nie. Was findest du dir da zusammen, Maelan? Wie hätte eine Krogan-Population-Explosion gemacht, um die Saren und die Geth zu stoppen? Eine erhöhte Krogan-Population hätte die Kanzel verletzt, um die Schritte zu nehmen. Wahrscheinlich betrifft die Kolonierrechte in der Traverse. Die Turian-Fleet wären für alle militärische Aktivitäten in der Region. Sie hätten die Geth zu stoppen, in Eden-Prime. Überraschung? Unmöglich zu sein. Nichts? Wir haben versucht, Gott zu spielen, und wir haben verloren. Wir haben nur Dinge schlimmer gemacht. Und ich werde es fixieren. Nichts? Nichts? Nichts mehr. Nichts? Unmöglich zu machen? Unmöglich zu machen? Unmöglich zu machen? Gar nicht? Nein, keine Wahl! Ich werde dich auszulassen. Du musst! Du musst nicht tun, Maelan tun! Du bist ein Zeiger. Nicht so ein Zeiger. Ich danke, Shepherd. Da würde ich immer noch die Story rausbringen. Ja, auch mehr wahrscheinlich. Also Malan, verschwinde. Hier gibt es nichts besser zu tun. Nicht so. Danke. Ist das okay, Morden? Keine Worte über mich, Morden. Wie geht's dir? Ich sollte ihn töten. Ich wollte ihn. Es ist leichter als zu hören. Es ist leichter für ihn. Es ist leichter für ihn, auch. Experiments zeigen, wie weit er fallen hat. Es erwartet von Krogan. Es ist nicht von mir. Vielleicht wird du das erinnerst, wenn du die Ethik der Genophage erzählst. Ja. So viele Variabler, Stress-Responses. Impossible to truly predict. Something to think about. Malans research. Only Lucent. Could destroy it. Closure. Security. Still valuable, though. Könnte sich noch als nützlich erweisen? Vielleicht? Wenn du denkst, es könnte sinnvoll sein, warum nicht mit dem? Es hat seit Jahren gearbeitet, um modifizierte Genophage zu kreieren. Es sollte das zu zerstören. Malans Arbeit könnte Genophage zu kreieren. Ich weiß nicht. Effekte auf Krogan. Effekte auf die Galaxie. Zu viele Variabler. Zu viele Variabler. Und es sollte den Krogan nicht helfen. So wie es Mähland gemacht hat war nicht richtig, aber die Genophage muss auch irgendwann enden. Kroganer können nicht in diesem Zustand weitergehen. Du vergisst, was die Krogan haben. Du siehst, was die Krogan haben. Du siehst, was sie hier gemacht haben. Aber du siehst, die Verlust, auch. Verlustes Potenzial. Sie verdienen das nicht, Morden. Schrauben die Daten. Punkt ist, Shepard. Kapitieren Daten. Wipen. Local Copy. Ich bin noch Jahre entfernt von Krogan. Aber näher, als zu starten. Bereit. Bereit zu gehen. Bereit zu gehen. Bereit zu gehen, Tuchanka. Anywhere else. Vielleicht irgendwo sonnig. Jo, let's go. Wir haben hier alles erledigt. Diese Mission. Was diese Mission lang geht. Let's get out of here. Erstmal zurück. Zurück hin zu Earth. Basecamp. Wir haben heute noch was abzuliefern. Wir haben heute noch was abzuliefern.